Was soll ich jetzt sagen? Egal. Ja, da sind wir wieder. Zurück bei Battlefield 3. Wir spielen Eroberung? Ne, nicht Eroberung, Rush. Ach, keine Ahnung. Wir spielen Eroberung. Ist es echt? Ist es Rush und Eroberung? Ich dachte, Eroberung ist Compress. Ich weiß. Verfolgt ihn. Wo sei denn? Das ist deine Aufgabe, ihn zu beobachten. Ich habe nur eingeschränkte Sicht vor uns, glaube ich. Ich auch. Scheiße, das L.A.W. Ob. Erstmal gegen das Ausbauern. Super, Junge. Da ist ein Schießherr auf uns. Ja, der L.A.W. Ich kann nicht... Umdrehen, ich weiß. Gut. Oh, das kotzt so an mit den ganzen Laternen. So, wohin fahren wir? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich die erste Base einnehmen. Und zwar da, wo wir gespawnt sind. Wenn dein L.A.W. ist, fahre ich natürlich direkt weiter. Ist da was? Ne. Wir bleiben hier. Ach, hier sind wir gar nicht gespawnt. Ich sehe deine Eier von hier. Oh mein Gott. Da wird schon irgendwo auf uns geschossen. Umdrehen. Du Arsch. Fick dich. Was fick dich? Ja, immer wenn ich schießen will, dann fährst du so krass, ja. Wir müssen weiterfahren. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht. Da oben snipet einer auf uns. Hast du ihn gesehen? Da oben rechts im Gebäude. Der ist der rote Punkt. Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist so ein roter Punkt. Das war doch der Laser von dem, oder? Das war wahrscheinlich ein Softlamm. Das ist ein Softlamm. Wo ist hier einer? Weiß ich nicht. Ah ne. Das ist von uns. Oh, da ist noch ein Jeep. Ja. Wir bleiben hier drin. Uhu. Komm her Jeep. Leute, fährt einer mit dem Bagger. What the fuck? Ich will da auch rein. Juhu. Ich kann Bagger fahren. Bagger fahren. Stell dich mal vorne auf die Schaufel drauf. Ja? Ja. Komm mal. Komm auf die Schaufel. Wir haben da einen Feind. Komm auf die Schaufel. Da schießt gerade jemand von uns. Ja, komm auf die Schaufel. Oh Mann. Mach einmal Fun. Stell dich drauf. Schnell. Stehst du drauf? Hallo. Da hat gerade jemand auf dich geschossen. Ja und? Oha. Ich meine, der ist dein Gebäude. Schieß ihn ab. Muss erst mal Medikits nehmen. Ich hab nur noch 25%. Bist du tot? Nein. Jetzt. Warte mal. Ich kann vielleicht dich wieder übernehmen. Wo bist denn du gestorben? Da drüben. Ähm. Ja, da drüben. Warte mal. Ich versuch alles. Zu spät. Du musst neu spawnen bei mir. Ja. Wo ist denn der hier oben? Aua, da schießt er. Och, fick. Wir trafen uns bei... Ich spawn einfach bei dir. Ich glaube, ich bin richtig. Ich weiß schon, wo ich spawne. Du weißt es auch. Öl im Jet. Oh mein Gott. So, und jetzt bin ich auch endlich mal in einem Leichtpanzer drin. Und wir haben es fast alles eingenommen. Bis auf eine Base und eine, die die Feindikationen gesagt haben. Da war ich zu spät hochgezogen. Fuck. Oh mein Gott, ey. Wenn es ein Jet gibt, spawne ich im Jet. Wenn nicht, dann bei dir. Okay, ich spawn bei dir. Okay, es gibt ein Jet. Es wird immer ein Jet geben. Oh, ich habe Wärmesucher. Nice. Kann sein, dass ich den freigeschaltet habe, weil ich Premium habe. Nein. Oh, ich habe ein kollektiales LMG freigeschaltet. Wie muss ich denn den jetzt benutzen? Ähm, du drückst zwei und dann kannst du ampeilen und dann hast du zwei Raketen. Die erste Rakete würde ich dann abschießen und dann würde er die Flair... erst gesetzt hat, so ein, zwei Sekunden danach, äh, schießt du noch eine Rakete ab. Dann trefft, äh, trifft ihn mindestens eine. Oder er setzt schon die Flares ab, äh, wenn du ihn anpeilst. Dann wartest du, bis die Flares vergangen sind und dann schießt du beide gleichzeitig ab. Der ist dann so dumm wie ich. Oh, ich werde dich angepeilt. Higgs. Mann, wie soll ich denn den anpeilen? Das ist voll schwierig. Oh, Mann, da hatte ich gerade einen angepeilt. So eine Scheiße. Fick dich doch. Ich will jetzt einmal, ich will jetzt irgendwie mal mit dem Jet ein bisschen hier fliegen, ne? Du bist in einem, in einem Panzer, oder was ist das? Ja, ein Leichtpanzer. Einer der guten. Der macht Karnischen. Juhu. So, das ist ein Panzer, den peile ich jetzt an. Super, hab ich nicht geschafft. Okay, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen weit fliegen. Hier ein bisschen hoch auch. Buh. So, dann mach ich immer. So, und dann? Nein, nicht so weit runter. Ich möchte eigentlich nicht runter. Ah, super, wäre ich direkt wieder angeschossen. Ey, so eine Scheiße. Was geht denn ab, bitte, mit denen? Fuck, ich bin fast dort. Ich muss jetzt raus. Ich muss raus, aber ich schaff's nicht mehr. Fuck, ich muss ins Kampfgebiet. Muss ich hin? Ah, das war in letzter Sekunde. Ich muss da hinfliegen. Jetzt flieg. Du Arsch. Flieg schneller in die Richtung. Oh Mann, das schaff ich nicht. Ach, Schätze. 0 zu 5, super. Wie man immer wieder ins Chat reinkommt, ne? Ach, ich hatte den Wärmesucher gar nicht aktiv. Ich glaub, daran lag's. Ich hab aber gar nichts markiert, was ich... Ah doch, das war's. Na, das ist jetzt tot. Ah, das war's. Ah, dann hat er mich noch getötet. Ja, ich war grad in so'n guten Lauf mit meinem L.A.B. Oh mein Gott. Gut, dann warte ich auch mal auf einen Jet. Du willst zeigen kannst, wie's geht, oder was? Ah, das ist ein Panzer. Das ist ein Double Jet Power machen kann. Aber, äh... Du kriegst den nicht angepeilt. Das ist, äh, eine Luft-Luft-Rakete. Oh, schade. Das tut nur Luft, das ist jeder angesehen. Okay. Da brauch ich nen Jet. Wo ist nen Jet? Da ist nen Jet, zum Beispiel. Ach, fuck. So nen Scheißarsch, ne? Da hatte ich ihn angepeilt schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Ja, das hat schon so gepiept und dann war's vorbei. Ist noch der andere Jet? Ist noch der andere Jet in der Luft? Ich hab' grad' noch ein Jet. Ich hab' noch ein Jet. Ich hab' noch ein Jet. Uh! Cool Jet Power. Siehst du mich? Ja. Nein. Dein Kumpel da, den... Sieh' ich mal. Neul hat mich angestopst. Mann. Ähm. Ähm. Siehst du den, den ich grad verfolge? Ja, ich seh' ihn. Ja, ich seh' ihn. Aber ich krieg' ihn nicht. Auf mein Radar. Ich flieg' irgendwie... Schlecht. Da ist einer. Da ist einer. Komm schon. Boah, jetzt wurde ich grad' aufgeweckt und Battlefield hat sich minimiert. Wer hat mich angestopst? Wer hat mich angestopst? Wer hat mich angestopst? Nein! So knapp! Ich hatte ihn schon. Weiß' denn nochmal, wer hat mich angestopst? Oder das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich möchte es jetzt einmal schaffen, hier mit dem scheiß Wärmesucher was zu treffen. Nein, Julian, wir nehmen nicht gerade auf. Wir sind nur aus Spaß mit diesem... Scheiß. Channel hier. Komm, bist du raus? Nein, naja, aber er ist aus dem Jet raus. Von wem werde ich denn jetzt schon wieder abgeschossen lassen wird? Dann will ich mir jetzt snacken. Mann, fick dich, Arsch. Du bist aber ganz schön nah, wenn du war im Jet. Ja, ich möchte einfach mal mit dem Jet töten. Jetzt warte ich mal, bis du verdammt nochmal ein neuer Jet frei hast. Ah, Mann, ich sterbe gleich schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Oder? Ah, ein Jet ist frei. Fick dich. Du scheiß... Panzer S1. Fick dich. Ach ja, das ist dieses... Ach, Mann. Scheiße. Soll das mal die Jet-Folge her? Oder ich nehme den Heli jetzt mal? Mal schauen. Ach, fuck. Jo, ich hab den Heli. Nein, ich fühle mich den Heli gar nicht, wenn ich den Jet haben kann. Mein Jet. Mein Jet. Ja, ich hab einmal kurz im Boden gestrickt und da bin ich tot. Das ist sowas. Wer hasst sowas nicht? Das ist ein Jet, komm schon, bitte. Das möchte ich jetzt haben. Das ist so weit entfernt, schön. So, aber ich hab auch noch die nächsten Jet bekommen. Ach, ich hab den Wärmesucher erst wieder aktivieren. So eine Kacke. Hab ich jetzt den Wärmesucher? Mich nervt, dass ich den immer aktivieren muss. Ich vergesse das immer. Ich hasse es auch. Ich will Battlefield spielen, muss aber dafür Battlefield starten. Ich mein, was ist das für eine Logik, ne? So, boah, jetzt hab ich hinten. Och, fuck. Mein Mauspad ist zu klein. Gegnerische Ausrüstung zerstört, du, weil. Ja, hast du wahrscheinlich ein Funkfeuer zerstört. Ne, hab ich eigentlich gar nicht. Fick, dich! Gegen die Sonne, ne? Genau, gegen die Sonne. Aber ich werde auch gerade mit mir abgeschossen, hab ich versucht, dein. Ja, ich hab grad anvisiert. Juhu, ich bin wieder so festgeherrn. Muss ich einfach kurz warten. Fuck! Entschuldigung, mal. Da werde ich direkt wieder angeschossen, ja, ne? So. Ach, fick dich doch! Du scheiß Hurensohn, ey. Wunderbar, ich hänge in der Luft fest. Ohne Spaß, ey. Ich nehm jetzt ne Viper. Nee, da ist einer drin schon. Okay, ich nehm das F-35 wieder. Lol. Wieso hab ich schon 39% nur noch? Wahrscheinlich, weil der ist, weil der Jet schon angeschossen worden ist. So ein Arsch. Hallo, ich hab dich doch, du Scheißstück. Ich hab dich doch schon anvisiert, du Scheiß-Heli. Willst du mich verarschen? Ah, da oben ist ein Jet. Das gehört mir. Wenn du mal wieder... Oh, Mann. Hast du's gesehen? Nein, aber ich werd's mir in der Aufnahme ansehen. Oh, mein Gott. Das war echt schlecht. Wollen wir bei mir? Nein. 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 Du Stück Scheiße. Warum weichst du aus? Scheiße, wir haben gerade das Einsatzstil verloren. Ah. Jo, ich bin erfassen. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ich muss raus. Ach. 0 zu 8. Ich spawn jetzt bei dir. Ich hab keinen Bock mehr auf Jet. Das reicht. Ach, du bist im Heli? Mhm. Ich auch. Yippie. Du Scheiß-Heli. Ähm, bei A... Also, der LAV bei B hat mich bei B getötet. Da war aber noch bei A. Wie kann ich es bei A landen? Aber da wird uns... Er wird zu uns kommen, wahrscheinlich. Wen schieß du gerade ab? Den Heli. Also raus jetzt. Ah, warte. Jetzt. Ich hab keine... Es hat... Ach, egal. Ich lande hier einfach. Alter. Hast du das Jet-Gott gesehen, Mann? Mhm. Warte. Warte. Warte doch. Wir haben es noch nicht eingenommen. Flagge neutralisiert. Warte. Fah, 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 fah. Das Arschloch da vorne, das ist ein Panzer. Wenn du auf dem Panzer zufährst, dann wird er uns wahrscheinlich töten. Ich fahr nicht auf dem Panzer zu. Ja, dann fahr auf einem anderen Panzer zu. Bist du tot? Ja. Ja. Nein. Ich spawne nicht in einem Scheiß-Justle-Gericht. US-Einsatz? US-Einsatz. Ah. Ich bin bei US-Einsatz. Ich nehme das Boot, okay? Nee, ich laufe hoch. Ich suche mir einen Heli. Komm. Das ist ein Heli. Mein Heli. Halt. Schneller. Renne doch schneller. Ja, mein Heli. Wo bist du gerade? Ja, ich habe den coolen Ding sogar jetzt. Ich habe dieses coole Schuss-Ding. Wo soll ich hinfliegen? Soll ich zu dir kommen? Ja. Okay, ich komme zu dir. Da ist ein L.A.V. Da ist ein L.A.V. Ich sage mal Hallo. Warte. Ich versuch's. Hallo, da ist ein L.A.V. Könntest du bitte den L.A.V. abschneiden? Ich versuch's gerade, aber ich treffe ihn nicht. Du hast sogar... Du hast gerade ausgestiegen. Ich muss mich jetzt drehen. Ich bin erfassen. Er ist tot. Ja, danke. Er ist tot. Oh, macht sie. Wie hat mir das Leben gerettet? Hast du ihn überhaupt einmal getroffen? Nein. Runter, runter, runter. Raus? Ja. Scheiße, ich bin raus schon. Ich bin in der Luft gerade hingefallen, gell? Es sah so aus, als würde ich auf den Boden fallen und ich war in der Luft. Ich komme geflogen zu dir. Mit Le Jet. Okay, aber ich sehe gerade, das Spiel ist auch gleich aus. Oh, ja. Okay, ich kundschaft mal hier die Gegend aus. Ich komme raus. Arschloch. Was schießt du auf dich? 28 Prozent, du was? Hab ich dir damage gemacht? Hab ich dir echt damage gemacht? Wieso macht die denn damage? Komm zu mir, komm zu mir. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ach da. Ich komme. Ich muss ein Wiederbeleben. Ich hab ein Wiederbelebt. Ich hab hunderte Punkte bekommen. Oh leil, wie es raucht. Soll ich es mal rappe an? Ich bin kein Pionier. Warte, warum leckst du denn jetzt? 15 FPS? Dieses Fahrzeug ist irgendwie nicht so leckfrei. Ähm, da ist vor uns einer. Ich kann ihn nicht killen. Ich treffe ihn nicht. Du musst drehen. Gott. Er hat mich getötet. Das Arschloch. Ja, meine KD ist für dieses Game eh im Arsch. Haha, ich hab ihn noch getötet. Er hat mich erschossen. Ich komme im Jet. Ist mein leeres Fahrzeug noch über ihn gefällt. Bist du tot? Ne, du bist tot. Wo fliegen wir hier? Wo soll ich hinfliegen? Und dann rausspringen? Bei mir. Ich bin in einem Fallschirm. Und... Lol, ich fliege gerade nach oben. Dann gehen wir zu E. Ah, ne, E wird jetzt gerade gesichert. Schnell, vielleicht kriege ich es noch. Vielleicht kriege ich es noch. Ich bin noch bei A. Haha, ich will es mit E. Wo bist du? Ja, ja, ja. Ich komme zu dir. Ich nehme eh mit ein. In meinem super Buggy komme ich zu dir. Ich habe jetzt auch ein Buggy. Wo bist denn du? Ich fahre gerade zu dir. Und wo? Über dieses freie Feld da wieder? Ah ja, ich sehe dich schon. Hallo! Kommst du ran? Ich bin raus. Ich bin tot. Was ist denn das für eine Scheiße? Da ist ein T90. Ja. Spawn bei mir. Ich bin weg. Oh, ey. Puch. Scheiße, das ist das, ey. Ganz ehrlich. What the... Oh. Was ist los? Ich komme, ja. In deinem Jet. Genau. Haha. Wo bist du? Da ist einer. Aua, der hat mich getötet, der Arsch. Du musst mich wiederbeleben. Bauen doch eventuell mal bei mir. Tu mich wiederbeleben. Da sind zwei Leute. Oh, Mann. Ich komme. Du bist schon tot? Ja. Du bist tot. Ich spawn bei mir. Oh, zu spät. Ich hole dich ab, warte. Ich versuch's. Uuiuiuiuiui. Fuck. Okay, das schaffe ich nicht. Ich versuch's einfach ab und Ende ist. Ich möchte aber nicht abstützen. Ach, du bist im Boot. Ah, nee, bist du nicht. Ich tuts ab. Groß. So, spring hier runter. Ja, ich komme. Warte. Das sind 20 Meter, verdammt nochmal. 20 Meter. Ich bin ziemlich hochgeflogen, oder? Warte, warte. Ich bin bei dir direkt. Ich bin hinter dir. Du Arsch. Ja, ich komme. Bist du mich verarschen? Ja, Sekunde. Wieso fährst du weg? Oh, ich bin ausgestiegen. Hilf mir. Nein, ich komme. Warte, ich komme. Ja, du musst doch einsteigen. So geht es vor allem nicht. Was machst du denn? Du, wieso steigst du nicht ein? Du machst noch nicht mehr in meiner Reichweite, du Idiot. Geht doch. Geht du mal ins Geschiss. Gib Gas. Oh, du kannst nicht schneller fahren. Drück halt Shift. Drück mal E. E? Okay. Fick dich. Ich zink scheiße, ne? Komm schon. Das ist scheiß Boot. Versuche ich dich irgendwie zu überfahren. Das ging zu mir doch nicht. Juhu, wir haben gewonnen. Was ne geile Runde, ne? 0 zu 13. 0 zu 13, wow. Okay. Okay. Wir sehen uns da. Oh, ich habe Chatpunkte. Ich habe Chatpunkte. Oh, ich habe 60 Chatpunkte. Okay. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Uhr. Das ist das. Ja. So, ich habe hier.